Sleida Frau Hauvarstlm heißt diese super schicke 13-jährige Rapsstute mit Blässe. Sie ist zuckersüß, sehr brav, Temperament im unteren mittleren Bereich würde ich so mal sagen und sie ist viereinhalbgängig veranlagt. Ich nenne das immer ein Töltlastiger Viergänger, total nett, ganz einfach zu reiten, ist super schön, brav, unerschrocken und einfach nur niedlich, super komfortabel zu sitzen. Ein total nettes Pferd, auch kann ich mir vorstellen für ungeübtere Reiter. Im Umgang ein Zuckerschatz, lässt sich immer einfangen, steht allein und brav am Anbinder, lässt sich putzen, satteln und ist artig beim Schmied- und Tierarzt. Es ist leider ein tolles Freizeitpferd für die ganze Familie, die einfach nur locker einfach und easy ist. Man sieht hier auch, dass man sie ruhig treiben kann und auch darf, dass sie über super viel Tölt verfügt, sieht man nachher auch im Trapp, das ist jetzt nicht ganz so ihrs, lieber tölten als traben. Der Galopp ist dafür aber sehr schön und auch extrem komfortabel. Ein richtig tolles Freizeitpferd für die ganze Familie und Stockmaß rund 1,42 m und sie gefällt uns richtig gut, macht total viel Spaß. Ein super tolles Pferd für die schönste Zeit des Tages. Wenn sie euch genauso gut gefällt wie uns die Slider, dann schreibt uns oder ruft uns an die Daten. Dafür findet ihr gleich oben rechts im Video und bis dahin noch ganz viel Spaß mit der schicken Slider. und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.